In der westlichen Weltanschauung sind die Rede- und Religionsfreiheit wichtige Menschenrechte. Richtig. Falsch. Auch wenn die Menschen unterschiedliche Kulturen haben, haben sie die gleiche Weltanschauung. Richtig. Falsch. Die Weltanschauung beeinflusst soziale Systeme, Kultur-, Wirtschaftssysteme und politische Systeme. Richtig. Falsch. Weltbilder können sich ändern, wenn eine Gruppe von Menschen mit neuen Ideen und Wissen in Kontakt kommen. Richtig. Falsch. Die Perspektive ist die Art und Weise, wie eine Person eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Thema interpretiert. Richtig. Falsch. Wenn Menschen nach Kanada einwandern, übernehmen sie sofort die kanadische Weltanschauung. Richtig. Falsch. In einer multikulturellen Nation können unterschiedliche Weltanschauungen zu Konflikten führen. Richtig. Falsch. Eine feudale Gesellschaft ist hierarchisch organisiert. Richtig. Falsch. Obwohl die muslimischen Gelehrten ein großes Wissen hatten, lernten die Europäer wenig von ihnen. Richtig. Falsch. Der Architektur wurde in der Renaissance viel wichtiger als im Mittelalter. Richtig. Falsch. Italien ist eine Halbinsel. Richtig. Falsch. Die meisten historischen Texte werden in der Regel von Bauern geschrieben. Richtig. Falsch. Urbanisierung ist die Wanderung der Bevölkerung vom Lande in die Städte. Einer der Gründe, warum die italienischen Seehäfen für den Handel wichtig wurden, ist, dass sie das ganze Jahr über offen bleiben konnten. Richtig. Falsch.